Im Streit um die Impfstoffversorgung in Baden-Württemberg herrscht eisige Stille. Die Fronten zwischen den Krankenkassen, insbesondere der AOK, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Apothekerverband sind verhärtet. Die Geschäftsführerin des Apothekerverbands, Ina Hoferbert, kritisiert, dass die neue Verordnung allein zu Lasten der Apotheker geht. Es wäre ein leichtes gewesen, den Ärzten jedem Arzt zu sagen, lieber Herr Doktor, du sitzt in dem und dem Losgebiet, das sind deine Impfstoffe, die du verschreiben darfst, bitte verordne sie und die Apotheke beliefert dann diese Verordnung. Das wäre so einfach gewesen, aber nein, man macht es kompliziert, man macht es aufwendig, man will die Ärzte aus dem Haftungsrisiko nehmen und will das Haftungsrisiko voll auf die Apotheker verlagern und dagegen wehren wir uns. Seit Januar gelten die ersten Rabattverträge über Impfstoffe. Die Kassen haben mit den Ärzten vereinbart, statt einer namentlichen Verordnung des rabattierten Arzneimittels nur produktneutral zu verschreiben. Hiergegen haben wir erhebliche rechtliche Bedenken, weil eine produktneutrale Verordnung entspricht nicht der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Und insoweit dürfen die Apotheker eine solche Verordnung gar nicht beliefern. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall mit dem Arzt Rücksprache halten. Für die Ärzte soll die Vereinbarung den Umgang mit den Rabattverträgen erleichtern. Die Praxis sieht jedoch anders aus. Die Versorgung ist relativ chaotisch jetzt, weil die meisten Verordnungen, wenn sie produktneutral sind, nicht sofort beliefert werden können, sondern es muss Kontakt zum Arzt aufgenommen werden, das Rezept muss umgeschrieben oder neu geschrieben werden, was einfach zu einer Zeitverzögerung führt und zu sehr viel Unmut, sowohl auf Seiten der Apotheker als auch natürlich auf Seiten der Ärzte. Die AOK ist jedoch der Meinung, dass die Umsetzung der Vereinbarung die Schnittstelle zwischen Arzt und Apothekern vereinfacht. Die Regelung soll auch den Apothekern zugutekommen. Beim Apothekerverband hat jedoch zu erheblichen Verstimmungen geführt, dass AOK und Ärzte alle Gesprächsangebote verstreichen ließen. Also die Stimmung zwischen diesen drei Beteiligten, den Kostenträgern und den beiden Leistungserbringern, ist der Witterungslage entsprechend sehr eisig. Der Streit muss offenbar vor Gericht entschieden werden. Das Urteil, egal wie es ausfällt, wird aber wahrscheinlich keine Auswirkungen auf Regelungen in anderen Bundesländern haben. Nach meiner Information ist diese Verfahrensweise einmalig in der Bundesrepublik. In anderen Landesteilen wurden andere Verfahrensweisen, andere auch Beteiligungsformen gewählt. Da wurden die Apotheker mit ins Boot genommen. Da wurden dreiseitige Vereinbarungen geschlossen, was wir uns im Übrigen gewünscht hätten. Das haben wir auch zweimal den Kassen vorgeschlagen, uns mit ins Boot zu nehmen, uns an den Umsetzungsvereinbarungen zu beteiligen. Das war aber Krankenkassenseits leider nicht gewünscht. Bis auf Weiteres sollen die Ärzte im Rahmen der Impfstoffregelung 6% mehr Honorar erhalten. Für die Apotheker stellt sich die Situation anders dar. Leider gehen die Apotheker leer aus. Also die Apotheker bekommen nur Arbeit.